Ich denke, das Ding wird jetzt bald an seine Leistungsgrenzen angelangt. So, hier haben wir diesen Nissan, den wir jetzt gerade mal überholen. So, bisschen Sonne der Schatten ist irritiert irgendwie ein bisschen. So, hier bremsen wir uns mal bisschen früher rein. So, das sieht doch schon mal recht gut aus. Die dritte Anzeige bei diesem Fit RS links unten, die ist mir ein bisschen äh...